Ich hab ein paar Decklern, seh ich da klar. Wo ich gestern auch, wir haben die Waffe gesehen. Alle Operator freigefallen. Das sind so viele. Reige toll, fängt gut an. Ah, das geht aber nicht gut weiter, ich bin mir sicher. Von nem Weinfoss können sie wieder ruhig live gepünet. Hexen. Voll Christian. Ja. Diesmal versuchen sie sich alle. Ihr braucht ja eh noch 5 Minuten, oder? Ja. Ich fülle euch kurz die Mathilde. Die Banner dreht vögelig. Nur noch ein Gegner übrig. Ist bei mir immer noch. Bei dir. Ja. Vielleicht bei meiner Kamera. Ich kann das nicht mehr. Jawohl Michael. Ich stelle die Mathilde St Flat. Ich prüge. Vielen Dank.